Da bist du ja, Dad. Ich hab dich schon seit Tagen nicht gesehen. Ach, ich war ne Weile verreist, aber ich hab den Fehler gemacht, diese App namens Bare B&B zu verwenden. Wir freuen uns so, dass du bei uns wohnst. Nur zur Erinnerung, bitte nicht den DVD-Player verwenden. Aber die Videokassetten kannst du alle gucken. Wir haben das Kartell, die Maske 2 und hier sind fast alle Teile von dem Puzzle. Okay, gut. Das Zeug brauch ich aber nicht. Schön. Wenn ein Anruf kommt und wir nicht da sind, schreib die Nachricht auf. Ich bin eigentlich im Urlaub. Noch was zur Info. Der Hund hat wirklich was gegen Männer. Und wir servieren Frühstück zwischen 6 und 7 Uhr morgens. Ich nehm kein Frühstück. Äh, frühstücken muss doch jeder. Ich bin im Urlaub. Ein Grund mehr ist, sich gut gehen zu lassen. Unsere Spezialität ist eine zerkaute Forelle, die wir mit den Zähnen aus dem Fluss gefischt haben. Ah, endlich Bärenkram.